Mein Name ist Dr. Leon Coyle, ich bin Steuerberater und wir beraten und gestalten Steuern. Leidenschaftlich, zielorientiert und pragmatisch. Sie sind Unternehmer oder Immobilieninvestor und fragen sich jedes Jahr, wenn die Steuererklärung ansteht, wieso zahle ich eigentlich so viele Steuern? Selbstverständlich gehört für uns immer dazu, dass Sie Ihre Steuern gestalten und Sie dabei beraten, wie Sie nachhaltig, langfristig Ihre Steuern senken können. Wir bieten auch die klassische Steuerberatung. Das heißt, wir erstellen Ihre Finanzbuchhaltung, Ihren Jahresabschluss und Ihre betrieblichen und privaten Steuererklärung. Wir helfen Ihnen durch individuelle, steuerzentrierte Gestaltungsmodelle nachhaltig Ihre Steuern zu senken. Wir lösen Ihre steuerlichen Probleme und zeigen Ihnen auf, wie Sie durch zum Beispiel eine Holdingstruktur Ihre Steuern senken können. Dabei halten wir, was wir versprechen. Klare Absprachen und eine unkomplizierte, direkte Kommunikation, das ist unser Markenzeichen. Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail. Wir helfen Ihnen. Versprochen. Das ist unser Markenzeichen. Das ist unser Markenzeichen. Untertitelung des ZDF, 2020